Ich bin der Kutim Hasiri, bekannt als Tim. Ich arbeite als Zugbegleiter. Ich fahre meistens die Strecke zwischen Wittlich und Wasserbillisch Richtung Luxemburg. Man verbringt auch sehr viel Zeit und ich kenne auch sehr viele von meinen Reisenden und es macht einfach Spaß, weil ich gerne so ein bisschen Small Talks mit denen, um zu erfahren, wie die zufrieden sind, ein bisschen Feedback und natürlich gibt es auch so ab und zu mal so ein bisschen Abweichung, aber mit ein bisschen Fingerspitzengefühl, das klappt auch. Nachdem ich den Hilferuf gehört habe, bin ich in Unterführung gegangen. Wusste wahrscheinlich etwas mit meinen Reisenden und so schnell wie möglich habe ich darauf reagiert. Mein Mann sagte, dass er mir eine Frage fragte und ich habe keine Antwort. Er fragte die Frage wieder und all of a sudden, ich verbrach und ich fahre. Er hat angefangen, zu Hilfe. Er hat angefangen, zu Hilfe zu schreien. Er sieht Tim nach uns zu kommen und er sagt zu Tim, komm, 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 ich brauche deine Hilfe. Er hat meinen Puls und er hat gesagt, wir müssen CPR sofort machen. Tim war die Kopfkompressions auf mich und mein Mann war breathing. Zehn Minuten, vielleicht zwölf, und dann ist der Notarzt eingetroffen. Er hat sie wieder zurückbekommen. Das war dieses unbeschreibliche Gefühl, wo man denkt, okay, es ist nicht, die haben sie nicht verloren und das Leben geht weiter. Ich finde, dass ich nicht nur ich dafür den Preis bekommen sollte, weil das macht die ganze Umgebung drumherum. Das ist die ganze Unterstützung von meinen Vorgesetzten, von meinen Arbeitskollegen. Aber ich bin sehr dankbar.